Zuhause auf dem Hankenhof im ostfriesischen Vilsum braucht Diamant, der 1400 Kilo schwere Stier von Thames Rinderherde. Die Zuwendung seines Besitzers. Andere Seite auch. Vorsicht mit deinem Horn. Aber hat keinen harten Schädel. Jetzt geh du mal mit Becky in Bett. Fellpflege ist ja gut und schön. Doch über eine andere Art von Gesellschaft würde sich der Welsh Black Bulle sicher noch mehr freuen. Weißt du was, Schnucki? Jetzt fahren wir nach Welt nächste Woche und dann holen wir dir zwei ganz tolle Bräute. Zwei feine Kühe holen wir dir, ne? Extra für die. Weil der Stier brav ist. Einwandfrei. Auf nach Wales. Tammer will für seinen braven Bullen auf Brautschau gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.